Ich liebe meine Freiheit. Und ich liebe es, eine Wahl zu haben. Produkte aus der ganzen Welt, die wir uns einfach kaufen können. Aber so sehr ich diese Freiheit liebe, so oft bin ich auch von ihr überfordert. Diese Orange hier, wer hat für die eigentlich gearbeitet? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Wie geht der Umwelt damit? Lauter Fragen. Also kaufen wir regional, saisonal, bio, fair. Wenn ich mir aber alles vorschreiben lasse, bin ich dann wirklich noch frei in meiner Entscheidung, was ich hier einkaufe? Oder ganz aktuell, wie viel Freiheitsliebe geben wir auf, um verantwortungsvoll die Gesundheit anderer zu schützen? Freiheit und Verantwortung. Als Christen glauben wir, dass Jesus uns frei macht. Aber irgendwie kommt diese Freiheit oft an ihre Grenzen. Kann Jesus mich von allem befreien, außer von meiner Verantwortung? Auch wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020